Fliege über das Wasser. Wasser- Entwasser-Zauberknich? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Ich komm hier nicht lang. Anscheinend. Ich kann ja die Kamera nicht drehen und wenden. Na egal. Springen wir da hoch. Äh, ich soll mal aufhören zu fliegen. Hui, hallo. So, der wäre auch erledigt. Mal sehen, was wir hier hinten noch haben. Ja. Etwas, wo wir nicht rankommen. Wupp. Oh. Hier lang. Huch. Äh, äh, äh. Was macht er halt für Geräusche? So. Happi, happi. Und das nächste Schloss lösen. Ach, was ist... Aha. Okay. Okay. Ich fang einfach mal an. Mhm. Das interessiert mich jetzt hier. Aha. Aha. War aber nicht hilfreich. Ähm. Dann gehe ich erst mal hier so lang. Okay. Dann. Aha. Aber was mache ich wegen des Loches? Da. Den einen muss ich noch. Wie kriege ich den? Mal gucken. Erst mal wieder runter gehen. So. Und dann so. Okay. Warte mal. Vielleicht sind die Löcher gar nicht böse. Jetzt... Dreh. So. Ah. Herrlich. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Mach es auf. Mach es auf. Was ist das? Ein Tiki-Hut. Plus 10 Elementarkraft. Das ist schön. Weil ich gucke erst, was ich für andere Hüte noch so habe. Äh, äh, äh. Nee, hier nicht. Äh, wie viel, wie viel Teile es hier geben kann. Wie viel Kräfte. Dann wollen wir doch mal gucken. Okay, Hüte. Ein Party-Hut. Hihihihihihi. So. Wikingerheim hat plus 5 kritische Treffer. Äh, tritt... Kritische Treffer. Aber ich denke, wir werden Spyro den Tiki-Hut aufsetzen, weil der gut für Elementarkraft ist. Ach du Schande sieht das scheiße aus bei ihm. Naja. Ist ja halb so wild. So, jetzt will ich dahin. Yay! Mh, gut. Dann wollen wir mal wieder zurück. Und den eigentlichen Weg gehen. Autsch. Haha! In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Das wissen wir. Ich gehe aber erst mal so weiter. Tintenfisch-Gesicht. Zeit, den Anker zu lichten. Hallo! Die zieht nur 15 ab. Hui! 25. Ja! Yeah! Mach sie alle auf. Mach sie platt. Super. Gut. Haben wir denn hier noch was? Oh. Ah, hier ist ein Strand. Und eine Schatzkiste. Das ist herrlich. Schätze! Hui! Ich will aber erst mal übers Wasser. Okay. Uäh! Komische Kameradrehung auf einmal. Nee. Hä? Was war das denn jetzt? Ich will wieder hier durch. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Na, danke schön. Hm. Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Ach ja, ich sollte mit dem Fliegen aufhören, um springen zu können. Ich bin wieder am Anfang, ihr Säcke. Das war jetzt seltsam. Na, egal. Hä? Hä? Jetzt veralbert mich doch nicht. Hä? Ich nehme mal wieder Gilgrunt. Vielleicht ist Spyro einfach zu verwirscht dafür. Yay! Dauert zwar ein bisschen länger, aber was soll's? Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich will es jetzt aber wissen. Ich will es jetzt aber wissen. Ich bin zu neugierig. Tralala. Hm. Hm. Okay. Na, egal. Egal. Schwimm schneller! Boing. Dann mal ab über die Brücke. Oh! Das Böse! Und ich schieße erst mal daneben. Na. Stirb. Gut. Bist du gut gestorben? Ah, da ist ein Strudel. So. Will ich wirklich schon hier lang? Das ist immer so verwirrend. Man weiß nicht genau, wo man lang sollte, um ein paar Extrasachen zu kriegen. Oder ob das schon der Weg Richtung Ende ist. Ende des Kapitels. Hm. Hm. Guck mal, da ist noch ein Strudel. Und die Musik ist auch so mystisch. Boing. Also, wir können links lang und... Von da sind wir gekommen. Ach. Ach. Hä? Ach so. Ja. Klar. Also links lang. Ich will da ins Wasser. Hallo. Hallo. Ja, dann wollen wir doch mal wieder Bash nehmen, ne? Wo ist er? Da. Ne? Wisst ihr Bescheid? Wee! Ach, ich liebe es, wie er rumrollt. Na! Nein, 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 nein. Du machst mir gar nichts. Komm, lass dich abschießen. Hehehe. Hallo. Mal sehen, gibt's hier noch was? Ja. Wasserzone sind Skylander des Wasserelements stärker. Ja, ja. Macht ihr mal. Mann, ist der stark. Der zieht ganze 40 ab. Aua. Hier braucht man einen Schlüssel. Okay. Ach ja, hier wollte ich runter. Wee! Ein Seelenstein! Wie schön! Mal sehen, für wen? Seelenstein gefunden. Neue Kraft verfügbar. Flammenrüstung für Ignitor. Möchtest du Ignitor ansehen? Aber klar. Ignitor! Huah! Mann, hat der eine Latte. Hehehe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat sich doch gelohnt, hier runter zu gehen. Und ich möchte hier rüber schwimmen. Also, Gilgrunt wieder an den Start. Fürchte den Fisch! Fürchte den Fisch! Also, rein da. Mach mal ein bisschen Party. Wie? Okay. Dann mach halt keine Party. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch was. Aber egal. Fisch! Wumm! Hier will ich, glaube ich, noch nicht lang. Aber da wäre ein Schlüssel. Aber hier ist nichts. Okay, dann gehen wir halt da lang. Ja, ich denke mal, hier wären noch so kleine Geheimwege und so. Das kann man ja nie wissen. Alles ist möglich. Was haben wir hier? Ein Portälchen. Ah, wollen wir noch ein paar Schätze greifen? Na, hier auch. Die gehen nicht. Schade. Gut, dann rein da. Hallo! Das war geil. Was ist das denn? Ist das der legendäre Schatz? Es ist der legendäre Schatz der Papagei-Totem. Okay. Hui! Dann kann ich ja wieder hier runter und in die Tür. Wow! Genau hier. Was ist das da unten? Das ist doch auch ein toller Schatz. Kann ich hier lang? Nein! Oh, ich will alles haben. Was... Achso! Hui! Lauf nicht weg! Buch Tintenfischler. Ein exklusiver Kugelfisch verfolgt dich. Wow! Jetzt... Geh mal kacken! Na also. Habe ich irgendwas verpasst? Da unten ist noch so viel. Da will ich hin. Da ist noch ein Geschenk, ist da. Wie komme ich denn da hin? Hm. Hm. Vielleicht kommen wir noch da hin. Das wäre mir eine Freude. Ich will das Geschenk haben. Vielleicht ziehe ich. Hier? Nee. Nee, geh weg. Aber es sieht hier so pflanzlich aus. Vielleicht ist hier was versteckt? Jetzt kommt der Meisterzerquetscher. Ja. Kannst du hier was anstellen? Nee? Das sieht hier so bepflanzt aus. Naja. In dieser Zone sind Skylander... Ja, ja. Ich mach schon. Hm? Hey! Okay. Wo? Klappe zu, Affe tot. So. Da ist noch einer. Wo ist er? Ich seh nichts. Da. Okay. Oh. Jetzt komm ich hier nie wieder raus. Was ist das? Naja. Los! Los, 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 los! Greif sie an! Trifft nicht. Na egal. Vielleicht sollte ich erst irgendwie... Ah, Schätze. Huh. Geh weg! Zerstöre es! Gut. Dann mal weiter. Weiter, weiter! Was haben wir hier? Aha. Oh, Glitzer, Glitzer! Gut gemacht, Skylander! Jetzt müssen wir nur noch die Fregatte kapern und verschwinden! Ich will noch das Geschenk! Hm. Ich will das... Für das Geschenk! Denn es muss ja Pamper auf Geld reinУ跑en. Ich will bis zum Otto. Hallo. So wirst du das Geschenk librer Ich habe das Geschenk.